Man kann Menschen nicht besitzen. Man kann ihnen allerdings so viel Liebe geben, dass sie das Gefühl haben, nie mehr von einem loszukommen. Und dann kann man sie ausnutzen, um einen illegalen Menschenhändlerring hochzuziehen. Hallo, wir sind Gone is Stray Films. Florian und Johannes. Wenn euch der Film gefallen hat, dann hinterlasst uns doch ein Like oder abonniert unseren Kanal, um keine weitere Folge von der literarischen Auslese zu verpassen. Oder schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr was wisst, was wir schon immer mal lesen sollten. Genau, wir werden uns auf jeden Fall jeden Kommentar durchlesen und wir lassen uns total gerne inspirieren. Versprochen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Okay, der war scheiße. Nochmal.